Subtab Padangushtasana ist die liegende Großzehenstellung. Padangushta ist die Großzehe, du legst dich hin, du gibst den Zeigefinger oder Zeigefinger und Mittelfinger um den großen Zeh, eventuell gibst du noch den Daumen von vorn oder von außen an den großen Zeh und ziehst das Bein zu dir hin. Die andere Hand kannst du entweder auf dem Oberschenkel, auf der Hüft oder auf dem Bauch lassen, so wie es angenehm ist und wenn du kannst, ziehe den Fuß immer näher nach unten bis hinter den Kopf.